na bitte da haben wir es doch ios 14.4 ist für alle kompatiblen geräte draußen und behebt eine ganze menge an problemen vor allem zumindest mal aus meiner erfahrung auch wenn es nirgendwo in den veröffentlichungsdaten drin steht ja das akku problem hat es bei mir schon gelöst auf meinem iphone 10 hier sind noch mal die ganzen release notes da steht drin was apple alles so mögliche behoben hat und geändert hat und verbessert hat und getan und gemacht hat ja könnt ihr euch gerne noch mal genau durchlesen oder ihr schaut euch mein video an zu ios 14.4 release candidate dass ich letzte woche herausgebracht habe es ist nämlich exakt der gleiche text also genau das was ich schon in dem video erklärt habe ist hier oben verlinkt und unter meinem video hier verlinkt genau das trifft auch hier drauf zu und noch kurz gesagt hier auf meinem iphone 12 pro max haben wir eine größe von 395,2 megabyte von der update größe also wenn ihr problemchen habt vor allem dem akku oder euer gerät wird besonders heiß dann empfehle ich euch macht das update bei mir wird jetzt gleich hier drauf gespielt geladen ist es schon und dann sind hoffentlich eure akku probleme die ja wirklich viele viele von euch hatten endlich geschichte so wollte ich nur ganz kurz sagen für alle details die erzähle ich nicht noch mal hier könnt ihr euch in dem video hier unten drunter verlinkt gerne noch mal anschauen aber ich kann nur sagen update yes bitte machen also bis dann hero